trainiert also ist mein applaus auch um ein tag ist auch scheiße trainiert daher kann es fliegen übrigens übel spannend was ich gerade machen wollten eigentlich auf reisen gehen oder ja eigentlich schon aber macht ihr die ganze zeit ich baue nach vorkabereich gesagt ja warum denn warum willkommen ich würde sagen wir laufen jetzt laufen ja wir um entscheidend zu treffen wir fliegen stück weg und dann laufen wir okay es ist ein fullett was zu retten ach so ja muss ich glaube ich muss der will selber in der michael version ist ach damit kannst du nidorans pipi und pixi und so kann man das pp und pixi nidoran zu nido queen und so kann es mit dem mondstein machen achte muss er die muts pipi was geht was hat auch ein auch einfach dann hab leider vorne er macht gar nix ich hab gerade auf wiki auf habe ich war gerade auf der wii war noch niemals auf Auf New York Auf New York So jetzt noch einer, komm, den hab ich 20, dann bin ich zufrieden Ich hab 4 bei 8 Pokébälle rede ich nicht, ich hab 16 normal Pokébälle und 8 Pokébälle Ich hab keinen Bock mehr Pokébälle zu machen, ist mir so anstrengend You received a Cobblestone, wow, ich hab einen Cobblestone vom Pokémon bekommen, das ist ja so wahnsinn Das heißt Bruchstein, Tosny, Bruchstein Ist mir sowas egal Bruchstein, Tosny Bruchstein, Pflasterstein Deine Muddi-Stein Gib dir gleich mal einen Muddi-Stein, ey Ist ein Lebensstein, verstehst du? Oh, du bist da hinten Ach na, Abra Hallo Abra Abraam Pass auf, da hat der Bomber Abraam Ich will Abraam Abraam Oh Gott, ist das schlecht Wieso, Wilms, wieso tust du so etwas? Ach komm, Blaschdorch, hat dein Maul Was mach ich mit dein Wahlglas, Alter? Was, ich meine Frau, mach tot Oh, jetzt krieg ich schon wieder auf die Krasse Wen willst du wählen, die Wahl ist vorbei Wir waren Alter, ey Mit dir zu spielen ist wie mit Behinderten zu spielen, ey Wup, wup Wup Fliegen wir oder laufen wir? Wir fliegen zuerst los, dann laufen wir Jemand die Koordinaten im Blick? Okay, alles klar, ich hab's Ja, ich hab's mit 400 und minus Ja, machen minus 50 Also 400 und minus 50 Alles klar, Freunde, alles klar Nee, nee Was nicht? Ah, Ibitak Ja, warte, ich hol auch meinen Ibitak schnell raus Ui Loll Ist das so ein Wahl auf uns drauf gefallen? Dings hat mich angegriffen, wie so? Wanne Scheiße Hier, tot Wollen wir jetzt mal los langsam? Warm, Junge Ja, wir können los Ich hab Redstone bekommen, jawohl Brauch keinen Schaden Lass mal in die Richtung fliegen, hinter meinem Pokéball Eeeh, hinter meinem Haus Hinter meinem Pokéball Scheiße Was hab ich so bei deinem Namen gesagt, wenn du Pokémon verwirrt? Da geht TNT durch wie Butter. Ähm, Freunde, ich backe hier kurz. Wartet kurz. Ich muss kurz... Was wachst du denn schon wieder? Ah, guck mal, hier kämpfen Pokémon. Das war süß. Ich komme. Nein, das reicht, wenn du erscheinst. Wo seid ihr denn jetzt? Hinterm Berg. Ist um die Ecke. Haha, lustig. Hör ich nicht. Ach, da hinten. Einfach mal um die Ecke gemacht. Hahaha. Oh Gott. So, los geht's hier. Los geht's. Wo bist du noch da bist du? Ja, ich bin da da. Ich bin der Überflieger. Rammler hat volles hässliche Pokémon. Erstmal das, was wir in den Tempel fliegen. Zu den Eisenden. Alles klar. Weißt du noch, wo es hingeht? Ja, klar. Ja, in diesen Wegrichtung. Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Aber ich kann sogar rückwärts das Ding. Ah, ich kann nicht einfach mal fliegen. Meins war nämlich genau, also unser Tempel hier von Danny und mir war genau in die andere Richtung. Echt der? Ja. Gut, danke. Auch bei mir nicht die Welt nicht noch, ehrlich gesagt. Weil wir haben zu mal nicht. Oh, ich jetzt ein Trainer. Echt Ketchup. Was? Ketchup? Echt Ketchup. Boah. Echt Ketchup. Ich bin jetzt mal fliegen gerade. Weil wir kommen mit der Landstücke nicht bekannt vor. Ich wohne jetzt lang hier mal. Ja, weil der Fuß lang geht. Ja, eigentlich so in die Richtung. Ja, ungefähr. Du hast halt keine Ahnung. Da hab ich auch noch. Aber man muss mehr was mehr fliegen. Sorry, ich bin so bodenständig. Ne? Das ist aber auch boden. Warum fliege ich mit Evita Game mit Blu-A-Fling? Das sieht so viel cool aus. Pfff. Los, lass fallen, Wimms. Steck ab. Lassen. 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 Tour Talk. Tour Talk, ja. Na, haben wir ja. Haben wir ja alle. Oh, ist das denn? Ah, da ist nochmal so ein Hi-Fi. Hi-Fi? 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 Du bist lange kein Vieh, du Fotze. Du Vieh. Wie hast du mich grad genannt? Netter Junge. Netter Junge. Netter Junge. Du, wie hast du mich grad genannt? Netter Junge. Du bist auch so ein geiler Typ, ey. Du bist auch so ein geiler Typ, ey. Du hast nie... Alter, wie viel da los ist. Nein! Was ist denn das, Alter? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bukkake. Die Robbenwelt. What is denn hier? Alter. Das ist ein bisschen Bukkake. Geile Scheiße, Alter. Aber wir sind übrigens da, wo ich den Schnee gefarmt hab, sieht man das vielleicht noch ein bisschen. Nein. Die Löcher, die müssen sein. Da sind heiße Quellen drunter. Ganz viele. Alles klar. Du hast nie? Ja? Bekochst du mich und filmst eigentlich auch so, wenn ich in Berlin bin? Nein. Warum nicht? Das hättest du wohl gerne, wa? Na doch, gegen Geld mach ich das natürlich. Gegen Geld machst du alles, Alter. Ja. Gar nicht voll. Diesen Team soll sich schon oft in Beanspruchung nehmen. Ne? Also wir sind jetzt, wir sind jetzt in der Nähe von den Tempel. Ich weiß nicht genau, wo die Tempel hier sind, aber wir sind in der Nähe von denen. Wie kommst du da drauf? Wie kommst du dann auf dich in der Nähe von Eistempeln sind? Alter, ich hab einen mega lecker. Ja, dann sind wir falsch. Dann bauen wir nämlich gerade neue Welt auf. Nice. Egal, lass einfach landen und hier unbestützt zu Fuß auf. Warte, komm mal zu mir. Was ist das hier? Weiß ich auch nicht so genau. Das wissen wir alle nicht. Wo seid ihr? Ich hab... Hier sind so voll viele davon so. Naja, lass mal... Lass mal jetzt hier landen. Aus die Maus. Landeranflug. 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 Ja, ich steke, wenn man die tötet. Das weiß ich nicht. Das ist wie dieser Staubsauger, die man... Ja! Wow Pox. Shops. Und einen Snowball. Snowball. Ja, das hast du gut geworden. Ich hab quasi getroffen. Genau zwischen uns beiden durch. Ich hab quasi getroffen. Ja, würde ich auch mal so behaupten. Ist das schön hier, oder? Wir haben eine schöne gegen uns ausgesucht. Ist das schön kalt, Alter. Na, Rammler. hatte seine Bitte fügen sie bitte wieder anderweitige wörter ein und keine vergewaltigenden Oh Gott, das ist irgendwie falsch. Ja, ich mag Juden. Juden sind halt. Dieses Schram Drops hier, wenn man in der geht. Alter, ich hab nur 0 Frames. Habt ihr auch gerade so, oder? Ja, also ich hab schon wieder Standbild. Wie will ich Standbild, Alter? Alter. Ne, das ist Pokémon Center, Pokémon Center. Wenig Frames. Pokémon Center. Oh, Pokémon Center, meins. Pokémon Center, nein. 0 Frames, nein. Hau mal. Nein, 0. Ich bin hübsch. An der Kante hängen geblieben, ist unfair. An mir, also. Ja. Oh, ich glaub, ich war schon mal drin hier, ey. Oh, ja, da war sie schön, ne? Ist es leer? Oh, hier steht noch ein PC. Wann, wie viele PC? Nicht hier, Maschine. Nicht abbauen, nicht abbauen, Alter, seid ihr bescheuert? Oh. Ich komm grad hier hin da ran. Ups. Jetzt hab ich bloß ne Alublech bekommen. Ich hab auch ein Alublech. Mega, mega intelligent abzubauen. Scheiß drauf. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, hier. Da ist der Brodie, ey. Da ist der Brodie, ey. Ja. Ich glaub, so hat ein Diaschwert. Oh. Wund ich ja, wir ihn schon getötet haben. Ja, hier, guck mal, Rammler. Watt denn? Ach, du hast auch eins. Diaschwerter sind voll unnötig. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Die sind voll toll. Zum Beispiel zum Rammler schlagen oder so. Ach, Geburt. Ja, toll, aber da kommt nix raus. Warte. Und warte, die geben, die geben, die geben, die geben, die geben Watte. Oh, was ist denn? Das sind mir runtergefallen. Ach, guck mal, ich hab so wenig Frames. Guck mal, ich hab so wenig Frames. Guck mal, ich hab so wenig Frames. Magnetino hier. Ein Standbild. Nix ist da. Guck mal, ich hab da gefeiert. Guck mal, Mops. noch normal laufen sehen ob es ja weniger nicht mehr laufen ja kommen die beine benutzen einer vornal zurück ich bin das ich wurde ich wurde angegriffen wieso das bin ich der warte ich habe keine ahnung es gibt nicht ich bin gerade gejoint wurde angegriffen und konnte nix klicken von aufnahme zu aufnahme werden weniger sind es muss an die auge an die auge die auge lieber mehr die andy eintürer wahrscheinlich gesehen ja ich wollte das zu stecken wo wo denn bei die ganz im ernst genommen hat die ich habe gemacht werden es locker besiegen können aber muss man ja so und kannst vergessen ich will wissen dass eine ahnung ist auch wenn die bette nein es ist wieder verpackt es ist verpackt hat damit bestimmt gerade das ding ist ein wachverpackt bei diesen ab und zu erwarten machen die kann man nicht mehr toll gewesen kann man nicht einfach ein sejong kong bjong ach scheiße ich wette hätten 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 so auf das aus japan nachdem was als war uns war fair aus der ersten mission noch die karasee mobs die gleich mal mit sei was ja ich gebe ich sag doch der macht alles gegen geld was denn jetzt eigentlich was nie ja ich starte gerade neue vorhanden und verfickt an unsere pc ist erst denn die dann den bein Private gerückt dass kein was als pixel auto geht es nicht nur gerade schon gemacht habe ohne zu jeder hatte bei alter mache ich aber auch ständig so wo seid ihr zehn behind you lol in your after will ich hinter mir ich dachte verpasst mich jetzt was ist denn das dafür grüße das ist ein schall niemand das ist das ist ja das ist verpackt das ding wir suchen alle wir suchen pokémon ja und wir suchen okay alles klar wir suchen gefunden warte wo echt schon wieder abbauen